Lalalalalalalalalalalalalalalalalala Ah, wieso seht ihr mich trotzdem? Schnurzel Der lebt noch, oder? Bääm! Also... Wo ist der? Da! Das ist ja gar nicht nervig oder so Oh goddammit Warte, ich will mich verstecken? Ähm... Wie schieße ich denn jetzt so da? Ah, ich verstecke mich ja super Ich kann nichts anwählen, ich... so Wait a second Habe ich die Leute teilweise nicht angewählt? Ja! Also ich bin offiziell noch dümmer als ich eben gesagt habe, ja? Falls ich eben gesagt habe, ich wäre dumm Erhöht das bitte um einen Grad noch dümmer, weil ich vergessen habe zu zielen und deswegen hier so wirr gegen Wände gelaufen bin Great! Oh Gott! Stirb endlich! Egal ob ich dabei auch drauf gehe Eh... Habt vielen Dank Okay, ich muss alles nochmal machen Hier ist jetzt wieder so ein... Äh... Ding! Äh... Ding! Wo ist der? Die Kamera ist auch grottig, ich könnte kürzen! Kürzen! Ich frage mich, ob ich auch einfach so Türen aufmachen kann, aber... Äh... Warte! Diese dramatische Musik! Hinter dir ist was explodiert, du solltest hingehen und gucken, was da ist! Ja, scheiß Bücher, sind die festgeklebt auf... Wow! Was war das? Da hinten liegt's Oh nein, jetzt kommen sie von allen Seiten, ich bin schon wieder... Oh, jetzt kommt noch der! Mach sie mir in Ruhe God! I hate this! Da sitzt einer Hau ab! Und die respawnen doch immer wieder Die sind ja nicht sofort tot Die kommen ja immer wieder Und ich werde immer wieder genervt Boom! Tot! Oh man! Es sind so viele! Okay! Steuerung! Da so! Okay! Steuerung! Hallo! Steuerung! Nein! Jetzt kommt der! Ich will wieder raus! Scheiß auf den Muggel! Ich will nach Hause! Äh... Anvisieren! Feuern! Tod! Sterben wie überhaupt jemals! Anvisieren! Feuer! Tod! Die Gesundheit ist gestiegen! Nicht deine Gesundheit, sondern allgemein der ganzen Welt! Ja, ich weiß, dass ich sie retten muss! Ja, ich weiß, dass ich sie retten muss! Ich bin zu lahm! Was ist denn da immer gestolpert? Das ist witzig! Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich bin immer noch in diesem blöden Anfangskorridor! Mein größter Erfolg ist, einen Muggel gerettet zu haben! Diese... Nicht Dementoren? Doch! Dementoren! Die kommen einfach immer wieder! So! Und hier ist schon ein Kindergarten aus Todessern! Ich nehme jetzt hier alles mal mit! Mein Inventar ist voll! Harry hat ein Inventar! Wie schön! Danke vielmals! Ja! Hey, dein Danke ist mir total viel wert! Ja! So! Hast du mir auch irgendwie Geld geben können oder sowas, dass ich gerettet habe! Aber ja! Ich habe natürlich gerne mein Leben für dich riskiert! Du dumme Kuh! Du dumme heisse Kuh! Ja, ich dachte, ich schieße mal wieder gegen die Wand und baller mich selber weg! Habe ich schon lange nicht mehr gemacht! Na? Weil die Bitch geslappt werden? Weil die Bitch gespectu patronet werden? Das klingt uncool! Ähm, wo muss ich lang? Nicht hier lang! Boom! Bitches! I like big booty bitches! Big booty bitches! Big booty bitches! Sterbt! Oh Gott! Dieser verdammte... Maus! Ah! Werd schon grau! Weil die Maus nicht reagiert! Gott! Anvisieren! Anvisieren! Feuern! Das ist doch gar nicht so schlimm! Hier, wenn nichts ist, kann ich das ganz normal machen! Anvisieren! Feuern! Aber sobald ein Kampf kommt und fünf Leute vor mir stehen, geht das nicht! Boom! Wolltest du weglaufen, hä? Einfach nicht geklappt, hä? Einfach nicht geklappt, hä? Oh man! Boom! Ah! 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 Goddamit! So, jetzt geht's hier rein! E! Ah! Ah! Vielen Dank! Jo, bitte! Kein Ding! Äh, ich hab schon drei Leute befreit! Mein neuer Rekord! Vielleicht schaffe ich das Level diesmal sogar! Noch toller wär's ja, wenn's, äh... mit Zeit wär! So, wenn ich die nicht in einer bestimmten Zeit rette, dann sind alle tot! Ups! Ja, schieß mal wieder gegen die Wand und sterbe! Fast! Das ist mein neustes Hobby! Ich kann auch mal gegen die Wand da schießen! Und jetzt geht's wo lang? Da lang? Ja! Tschüss! 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 Da weiter lang! Boom! Äh! Boom! Äh! Wieso kommst du immer wieder, hä? Stirb endlich! Ja, da fünfe ich schon wieder! Boom! Jetzt lass mich endlich in diese Tür! God! Ich streh durch! So, jetzt sind alle weg, hoffentlich! Ah, da hinten ist noch einer! Nummer 4! Ich hätte nie gedacht, dass ich freikommen würde! Danke! Es geht! Ja! Wie läuft das!